Die rechte Hand liegt in der C-Grundstellung, das heißt, es fängt an mit dem dritten Finger auf dem E. Hört zu, ich spiele euch die erste Zeile mit der rechten Hand vor. 3, 1, 3, 5, 2, 1, 2, 4. Noch einmal, hört noch einmal zu, E, C, E, G, D, jetzt rutscht der Daumen ton tiefer zum A und wieder D, F mit dem vierten, jetzt könnt ihr mitspielen. Und 3, 1, 3, 5, 2, Daumen rückt aufs H, 2, 4 und gleich noch einmal. 3, 1, 3, 5, 2, 1, 2, 4 und noch zweimal. 3, 1, 3, 5, 2, 3, 4 und gleich noch einmal. 3, 2, 1, noch einmal, ich spiele noch einmal die zweite Linie vor. E, 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 C, C. Das war hier oben, die ersten zwei Takte jetzt. Die zweite Linie zum Mitspieler. Und 3, 1, 3, 5, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 1 und noch zweimal. Und noch einmal, T, E, 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 E. Und noch einmal, letztes Mal. Wir spielen von vorne mit der rechten Hand bis dahin und 3, 1, jetzt A, dritter Finger auf B. Ich spiele weiter, die dritte Linie entspricht der ersten Zeile, 4, 1, jetzt A, dritter Finger auf B. Die dritte Zeile ist fast identisch mit der ersten, der Rhythmus ist etwas anders. Ich spiele euch die dritte Zeile noch einmal vor. Und jetzt zum Mitspielen. 3, 1, 3, 3, 3, 3, 5, 2, 1, 2, 2, 2, 4 und noch einmal. So und die vierte Zeile ist auch fast identisch mit der zweiten. Nochmal die letzte Zeile, ich spiele sie vor. E, C, E, 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 D, E, F, E, D, C und einmal mitspielen. Wir spielen die rechten Hand, wir spielen miteinander die dritte und die vierte Zeile. Und noch mal. Wir haben bei der dritten Zeile angefangen. Und jetzt kommt die vierte. Wir spielen das ganze Stück von vorne, ihr spielt die rechte, ich spiele beide Hände. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gut gemacht! Drückt auf Pause und spielt die rechte Hand ein paar Mal, bis ihr sie flüssig spielen könnt. Wenn ihr soweit seid, dann drückt auf Weiter. Wir lernen jetzt die linke Hand dazu spielen. Die linke Hand spielt den C-Akkord und den G7-Akkord immer in halben Noten. Das geht etwa so. Eins, zwei, drei, vier. C, C. Ihr spielt die Akkorde, ich spiele die Melodie. Eins, zwei, drei und C-Akkord. C, C, G7, 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 G7. Dritte Zeile, C-Akkord. G7, C-Akkord. C7 und wir zum Schluss C zweimal. Wir machen es noch einmal. Ich spiele beide Hände. Ihr spielt nur die linke Hand. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt noch G7. Zwei, 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 drei, C-Akkord. G7 und wieder C. und wieder die linke Hand. Gut gemacht! Nehmt euch die Zeit. Es mindestens vier, fünf, zehn, fünf und drei. in langsamem Tempo zu spielen und steigert dann langsam die Geschwindigkeit. Das war Skip to my Lou. Ich hoffe, wir sehen uns wieder zur nächsten Musikstunde. Für heute sage ich Tschüss!